Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Siemensgrüß mit Freunden. Gestern war das aktuelle Sportstudio und zwar ging es darum, Nöbel war da, da spricht er nochmal drüber eben halt, warum er doch bei As Monaco halt bleibt, wie er diesen ganzen Wechsel findet etc. Ich hatte es nur kurz zu beschreiben, mal kurz rein Wasser. Und sie werden auch in Monaco bleiben, sie waren ja großes Gesprächsthema in dieser Winterpause, weil alle dachten nach der Verletzung von Manuel Neuer, wäre doch jetzt der logische Schritt. Ich habe dir kurz gehört, was er gesagt hat, also ich finde es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ich glaube, bei As Monaco wird er definitiv auch gekauft werden, weil er echt ein krasser Torwart ist. Wir hören jetzt weiter. Ist das gescheitert? Warum steht dort jetzt Jan Sommer im Tor und nicht Sie? An As Monaco. Die wollten mich nicht gehen lassen. War auch ein gutes Zeichen in meine Richtung. Schreibt auf jeden Fall mal rein, was ihr dazu sagt, diesen Kanal zu abonnieren, dass ihr alle Sportnüssen natürlich bekommt. Ich freue mich drauf, also bis dahin, das Gute, bleibt gesund, schönen Sonntag noch und bis dahin.